Ich bin heute mit Teresa zum Einkaufen gegangen und ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde. Aber jetzt erstmal zum Anfang. Teresa wollte unbedingt zum Hubendubel. Dort habe ich einfach einen ganzen Stand nur mit Harry Potter Sachen gefunden. Also wenn ihr auch so ein riesen Harry Potter Fan seid, dann rennt jetzt zum Hubendubel. Ich habe mir dann so eine Tasse mitgenommen und dann sind wir zu einem anderen Laden gegangen. Und da sind wir an diesem Piercingladen vorbeigegangen. Und da stand einfach, dass man Free Piercings bekommt. Und da sind wir natürlich reingegangen. Man kann hier sogar Helix stechen lassen. Leute, ich bin so stark am überlegen, ob ich mir welche stechen lassen soll. Teresa überlegt sich auch, ob sie welche stechen lassen soll. Auf der einen Seite zwei und auf der anderen Seite drei Ohrringe. Und ich weiß echt noch nicht, was ich mir stechen lassen soll. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr an meiner Stelle machen würdet.